Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kommen Sie! Baufinanzierung zum Beispiel. Bei uns unkompliziert und mehrfach ausgezeichnet. Wir kommen schließlich aus der Region und deshalb kennen wir uns hier ganz genau aus. Sport ist eine unserer Leidenschaften. Wir unterstützen gerne die Vereine in der Region. Auch mein Verein? Ja klar. Ihr Verein hat zum Beispiel eine gute Idee. Da haben wir also Crowdfunding-Plattformen. Viele schaffen mehr. Kommen Sie! Mit ein paar Klicks können Sie Unterstützer sammeln und so Ihr Projekt verwirklichen. Und das Beste, die Volksbank gibt Ihnen noch etwas dazu. Darf ich mal? Danke Jungs! Aber nicht nur Sport, Kultur oder Ehrenamt sind uns wichtig. Wir sind auch einer der größten Mittelstandsbanken dagegen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Für die Unternehmen im Bergischen Land sind wir eine Bank. Immer auf Augenhöhe und immer da, wo man uns gerade braucht. Auch wenn es mal heiß hergeht. So schnell wie wir, ist sonst fast keiner. Wollen wir? Ah, den würde ich noch anbehalten. Jetzt sagen Sie nicht, Sie waren auch noch Kindergärten. Ja klar. Kaffee? Ja. Ups. Falsche Tür. Wobei, äh, das ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn Sie mal nicht weiter wissen. Zeigt Ihnen unsere VR-Banking-App zuverlässig den Weg zur nächsten Filiale. Inklusive sicherem Online-Banking. Egal wo Sie gerade sind. Ah, da geht's lang. Sag ich doch. Das hat mich jetzt aber wirklich überzeugt. Sehen Sie, das nennen wir Volksbank und mehr. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Ihr Kaffee auch noch schmeckt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Ihr Kaffee auch noch 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 mal sehen, ob Ihr Kaff Vielen Dank.